Die High Detect XSCT von Erhard & Abt ist eine vollautomatische Inline-3D-CT-Prüfanlage, die einen zerstörungsfreien Blick ins Innere eines Bauteils erlaubt. Interessant ist die Anlage für Gießereien und die Automobilindustrie. Das Besondere an der Prüfanlage ist 1. die hochflexible Prüfautomation durch einen Roboter 2. die schnelle und vollautomatische Prüfung durch eine von Fraunhofer entwickelte Software 3. die sehr kompakte Bauform Der Kunde kann seine Ausschlusszahlen minimieren, da er durch die CT-Prüfung eine exakte Ortsinformation wie zum Beispiel Lage und Größe zu den im Bauteil enthaltenen Defekten erhält und dadurch Bauteile mit Defekten in unkritischen Bereichen weiterverwenden kann.